Wundfummersch mit Stand 28. November 2017 Lesedauer 8 Minuten diskreter Machtmakler hinter den Kulissen Bundespräsident Steinmeier Quelle auf eine kleine Liste der Geschichte hat Bundespräsident Steinmeier zum Herrn der Stunde gemacht. Er kann entscheiden, wem er reinen Regierungsauftrag gibt und dann galle Merkel ist plötzlich seine Macht. Als Angela Merkel nicht in der Lage war, einen Kandidatenförder samt des Bundespräsidenten zu präsentieren, schluge in neun erwartete Stunde im Leben des Frank-Walter Steinmeier. Der Außenminister schied aus dem aktiven politischen Geschäft aus und wurde Bundespräsident. Eine Entstation und ein schwieriges Amt, wenn es gut kommt, überzeugter Hausherr in Schloss Bellevue als Einredekünstler. Steinmeier reüssierte in dieser Kunst bisher nicht. Doch dann kam die Bundestagswahl 2017 mit ihrem wirren Ergebnis und das Scheitern der Bemühungen, einer Regierung ohne Speteiligung zu zimmern. Plötzlich fand sich Steinmeier in einer neuen Rolle wieder. Er ist nun nicht mehr nur für die Moderation und die Begleitmusik verantwortlich. Eine kleine Liste der Geschichte hat ihn vorübergehend zum Herrn des Verfahrens gemacht. Urheberrecht wählten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Seehofer tritt angeblich halb zurück. Schulz möglicherweise ganz oder etwa doch nicht. Die Chefs von XO und SHPT werden nach dem Jamaika-Aus von Gerüchten gejagt. Es trifft ihre Parteien besonders empfindlich. Als unterirdisch wird in der SHPT das jüngste Agieren von Martin Schulz kritisiert. Nun wird erwartet, dass der Parteichef umschaltet und Gespräche mit der Union ermöglicht. Sein wichtigstes Ziel das eigene politische Überleben. Welche Strategie in der Regierungsfrage wird sich in das Spitze durchsetzen? Die Deutschen meinen Namen, der kommt doch wieder eine große Koalition dabei heraus. Nur dies, Wähler hadern mit dieser Vorstellung. Bei der Krisensitzung der SPT hat Parteichef Martin Schulz die Wende vollzogen und damit seine Position gefestigt. Die E-Große Frage lautet, wie Kennern und die Basis auf den Zelensch verteufelten Weg hin Richtung Union mitnehmen. Von der Basis der gescheiterten Sondierer bekommt's mangespaltenere Aktionen. Bei Grünen und Vdepismen unsicher, wie es weitergehen soll. Neu Wahlen, Minderheitsregierung oder doch ein neuer Anlauf für Jamaika. Ein Stimmungsbericht dientfart sich mit dem Abbruch der Sondierungsgespräche ins Abseits manövriert. Besser keine Position als Verlehrer Position, meint der Autor. Der vor zwei Jahren selbst in die Parteien getreten ist. Beiden Sondierungsgesprächen für ein Jamaika-Koalition-State derzeit Druck. Noch heute solle seine Einigung geben. Claudia Kade über die größten Knackpunkte zwischen den Parteien, Klimaschutz und Flüchtlinge. Das sind die Themen über die die mögliche Regierungskoalition heute zu beraten hat. Von Einigkeits in die Parteien weit entfernt. Das sind die größten Streitpunkte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dazu kommt gleich